Was ist Architektur? Also, vier Fragen. Was ist Architektur? Was kann Architektur? Und so weiter. Also, was ist Architektur jetzt? Man scheint gedacht, was das für mich bedeutet, was Architektur ist. Und ich glaube, dass Architektur etwas ist für Menschen und vielleicht auch Mitmenschen. Das hängt davon ab, wie jeder selbst sich positioniert, Lebensräume zu gestalten und zu schaffen. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Die Lebensräume sollen nicht irgendwie sein, sondern sollen Qualitäten haben, die eben so sind, dass die Leute im Grunde genommen sich in diesen Räumen sehr gut entfalten können. Dass sie sogar ihnen gewisse Freude vermitteln und so weiter, einfach in den Räumen zu sein. Und da drinnen sie aufhalten zu können und sie weiter auf ihre Art und Weise zu gestalten. Ich kann das sehr gut beurteilen. Ich sage immer zu den Studenten zum Beispiel, wenn man sich mit etwas beschäftigt wie ein Kindergarten, was wir ja nicht oft gemacht haben. Aber ich denke, ein Kindergarten muss irgendwie sehr vieles anbieten, damit das Jugendliche, das Kindeswahrnehmung des Raumes und so weiter über das hinweggehen, was normalerweise die Wohnung einer Familie darstellt. Und ich denke sogar, dass die Leute dadurch intelligenter werden, fröhlicher werden und so weiter. Und ich kenne das auch von Architektur mit etwas ungewöhnlichen Formen. Aber das muss natürlich auch eine Klarheit sein in dieser Form, dass das sehr wohl die Menschen beflügelt und sie wirklich auch geistig irgendwie gewisse anregt. Dass sie zum Beispiel die Forscher in einem Raum, der nicht so ganz konventionell ist, eigentlich besser denken können und weiterkommen. Und das glaube ich, das soll jedem Menschen zukommen. Das sehe ich als Architektur. Und was kann Architektur, habe ich jetzt eigentlich schon auch gesagt, im Grunde genommen. Es sollte das können, also nicht nur den normalen Lebensraum zu schaffen, in dem man behütet sein kann und eine Privatsphäre hat, sondern darüber hinweg. Und das ist, glaube ich, für mich erst die Architektur, wenn es eben den Menschen so unterstützt, dass man eben gewissermaßen innerlich beflügelt ist. Von der Schönheit des Zusammenspiels, oder Schönheit, weiß nicht mehr, wie man das sagt, aber von der anderen Zusammenspiel, von der materiell geschaffenen Form der Architekten und der äußeren Umgebung, wie Licht und so weiter. Das vielleicht Ausrichtung und alles Mögliche, was da dazu kommt. Jetzt gibt die Frage 3 vielleicht. Wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Da weiß ich gar nicht, ob ich mich da so richtig positioniere. Also ich bin eben, wie jeder weiß, durch diese Schule von Freiroto gegangen und habe jetzt die wunderbare Möglichkeit gehabt, hier fast 18 Jahre an dieser Universität, diese Sachen irgendwie in die Architektur einzubringen oder sie mit Studenten auf verschiedene Art und Weise weiter zu untersuchen. Und bin dabei eben auf viele Sachen gestoßen, die extrem interessant sind. Diese Zusammenhänge zwischen den Formen, Strukturen und den unterschiedlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel eben die räumliche Eigenschaft, die Qualität des Raumes, das damit geschaffen wird. Das finde ich, ist die primäre Eigenschaft. Die andere ist aber, dass wir immer unsere Ideen auch realisieren müssen. Und dass diese Ideen, die man realisieren muss, eigentlich in Materie umgesetzt werden müssen. Und dass das ja auch irgendwie klappen soll und dadurch nicht diese Zauber, denn die Idee vermittelt vielleicht, dann verloren gehen, weil alles zu viel Material erfordert und zu schwer und was weiß ich. Also etwas, was man immer wieder bei Projekten erkennen kann. Also jetzt diese Untersuchungen, die wir da machen und wo ich mich, glaube ich, wirklich absolut positionieren kann, ist diese gleichzeitige Betrachtung von räumlichen Qualitäten und gleichzeitig hat jede Form und jede Struktur, das ist wirklich ganz eindeutig und klar, ihre eigene innewohnende konstruktive Eigenschaften. Wenn man jetzt die auch optimiert, also wenn man da auch ein Optimum sucht, dann ist es sehr schwierig, das ist nicht ein Ingenieursding, sondern es ist ein gestalterisches Ding, wie in Prozessen sich Formen entwickeln zu beobachten. Heute mit digitalen Methoden kann man natürlich das auch sehr gut mehr Licht in das ganze Geschehen reinbringen und besser wissen, was da passiert. Dann entstehen unglaublich zauberhafte und interessante, komplexe Formen und Strukturen, die gleichzeitig irgendwie mit sehr wenig Aufwand realisiert werden können. Das ist gerade das, was wir im Moment, glaube ich, schon seit langer Zeit, man will viel Transparenz, man will Leichtigkeit und so weiter, wirklich hat. Und das ist aber Form und diese konstruktive Möglichkeit, es zu verwirklichen, das ist ein und dasselbe. Das kann man nicht auseinander. Das kann man natürlich sehen, also es wird auch schwer vielleicht verstanden sein, aber man kann es millionenfach, kann man sagen, in der Natur sehen. Die Natur unterscheidet nicht zwischen Form und Konstruktion, da gibt es niemanden, der unterscheiden könnte. Objekte der lieben Natur erfüllen natürlich auch viele andere Komponenten, aber trotzdem, das ist immer drin, dass die Form gleichzeitig ein konstruktiver Aspekt ist und weil sie das ist, ja, ist es auch interessanter. Eine andere Beobachtung ist, die mit dem zusammenhängt, ist, dass in Natur natürlich nicht, es ist nicht so vorgegangen worden, wie jetzt vielleicht klingt, aber Beobachtungen, die ich gemacht habe in dieser Untersuchung mit Studenten, war das, dass ich immer versucht habe, irgendwie interessante Strukturen zu machen, aber gleichzeitig auch, dass sie eben bestimmte konstruktive Eigenschaften haben, die man so sucht und dann nicht mit zusätzlichen Sachen konstruktiv belastet werden können. Dabei hat sich herausgestellt, wir machen ja gerade jetzt ein Buch am Institut, wo jeder der Mitarbeiter seine eigene Forschung beschreiben soll, das soll jetzt im Herbst fertig sein, das Buch, da hat sich herausgestellt, dass Irregularität, also Irregularität der Muster, die Strukturen machen, ein unglaublich großes Potenzial hat aus gestalterischen Gründen, weil man dadurch viel mehr Freiheit hat in Gestaltung, das aber gleichzeitig in sehr, sehr vielen Fällen auch konstruktiv unglaublich wirksam ist. Ich habe das auch mit den Ingenieuren, wie zum Beispiel Ingenieuren vom Büro Heppold oder so, das englische Büro, das wirklich sehr führend ist, besprochen und die haben gesagt, oh, daran haben wir noch nie gedacht, aber das scheint wirklich interessant zu sein und so. Also das ist das, was mich interessiert. Jetzt kommen die Leute. Welche ist ihre Entfußmethode, wie gleichzeitig, ja? Welche ist ihre Entfußmethode, das ist eigentlich, ich bin ja mehr an der Forschungsseite tätig und das ist eben diese sensible Beobachtung, wie die Formen und ihre räumlichen und konstruktiven Qualitäten zusammenführen. Und was daraus entsteht, welche Formwelten entstehen, wie kann man die erweitern, man kennt die zum Teil, ja, das kann man ja auch sagen. Es gibt eben einige Leute, die das eine Basis dafür geschaffen, eine wichtige Basis. Das kann man schon in Antonio Gaudi erwähnen, zum Beispiel in seinen Hängemodellen. Man muss auf jeden Fall den Frei Otto erwähnen und die Arbeiten von diesen Leuten, wie Frau Isla vielleicht auch, aber da sieht man, dass das tatsächlich zu etwas führt. Aber es ist in meiner Erkenntnis jetzt über die Jahre herausgekommen, dass das viel, viel weiter das Feld ist. Und da wir jetzt auch digital und physikalisch untersuchen können das Ganze, kann man sich das mit der Zeit erschließen. Und ich denke, wenn da immer mehr Leute, es gibt ja schon immer mehr Leute, die daran arbeiten, wenn immer mehr Leute daran arbeiten, dass da eine ziemlich große Entwicklung noch in Architektur gibt. Und die eigentlich, glaube ich, viele schöne Sachen und den Architekten viel Freiheit geben würde. Aber gleichzeitig auch die Leichtigkeit und Beschwingtheit der Formen. Und das wäre schon alles, was Sie, glaube ich, sagen. Super. Passt. gottes. ss